Und meine Damen und Herren, auch wenn Sie mit noch so treuen Augen, Herr Klement, hier über die Zuwanderung sprechen, Sie wissen doch, wie es ist. Die Menschen im Lande wissen, dass Ihr Gesetz eben keine Begrenzung von Zuwanderung bietet. Und die Menschen im Lande wissen, dass Herr Schiele am Anfang dieser Legislaturperiode gesagt hat, einen Satz, den hätte ich gar nicht gesagt, ringt sich doch nicht auf. Das Maß des Zumutbaren ist überschritten. Und Sie wissen, dass spätestens nach FISA doch in Deutschland völlig klar ist, bevor wir neue Zuwanderung haben, müssen wir erst einmal die Integration der bei uns lebenden ausländischen Kinder verbessern, meine Damen und Herren. Sie haben keine Einzelmarkt vorgesehen, um das Problem zu beseitigen, dass hier in Berlin-Kreuzberg 40 Prozent der ausländischen Kinder und Jugendlichen weder einen Schulabschluss haben, noch einen Berufsabschluss. Und trotzdem reden Sie über mehr Zuwanderung. Mit uns haben Sie die Alternative. Niederbayern! Yeah! Niederbayern! Wen haben wir noch? Sie sagen, wir sind rechtsextrem. Obwohl Sie unsere Rechte nehmen. Schließlich kann Demokratie nur funktionieren, haben wir beim letzten Mal gehabt, wenn Medien demokratisiert sind, wenn der öffentliche Debattenraum gleichermaßen allen in freier und unverzerrter Weise zur Verfügung steht. Sonst kann Demokratie nicht funktionieren. Der Trick kann also nicht sein, dass wir direkte Demokratie haben, aber wir lassen bei den Medien alles so, wie es ist. Kann nicht funktionieren. Mein Entschluß aber ist, dass ich mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, mein Recht auf freie Meinungsäußerung bis zum Äußersten praktizieren und verteidigen werde. Für mich spielt es keine Rolle, ob ich dabei eine Aussicht habe, zu gewinnen. Für diese Freiheit der Rede. Die Freiheit, die, wie Orwell sie definierte, wenn sie überhaupt etwas bedeutet. Die Freiheit ist, anderen Menschen das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Diese Freiheit wurde von vielen Generationen von Freiheitskämpfern in Jahrhunderten mühsam erkämpft. Denn viele, die guten Zielen folgten, haben in der Menschheitsgeschichte schmählich verloren. Aber sie waren die leuchtenden Beispiele für die Menschen, die nach ihnen gekommen sind. Die ihnen Mut und Zuversicht gegeben haben. Die Freiheit ist, anderen Menschen, die nach ihnen gekommen sind. Die Freiheit ist, anderen Menschen, die nach ihnen gekommen sind. DerKNilen mustache weiden "...